Hallo und herzlich willkommen hier bei Jungs gegen Mädchens auf den Hangar Games. Wir spielen mit Ria, Sunny, Saskia, Stefan, Steven und mir. So, könnt ihr alle high sagen. Und es sind noch ein paar andere, die haben hier auf der Map, aber die sind ja egal eigentlich. Was denn? Du musst mich vergessen. Eigentlich könnte das ein bisschen langweilig werden. Wir sechs gegen zwei. Wir spielen ja eigentlich in zwei Dreier-Teams gegeneinander. Deswegen ist das ja egal. Eigentlich ist es dann trotzdem sechs gegen zwei. Ja, da ist noch... Ja, wo... Ja. Hm, Fisch. Ich kann kein Team mehr drücken, was denn hier los? Schnell zu Blaze. Schnell zu Blaze, schnell zu Blaze. Und dann noch auf der Riesen-Map, weißt du? Wir finden uns nie wieder. Komm, wir rennen den hinterher und verpückeln den da. Saskia? Den Julian. Der muss sterben. Schade, Julian. Der soll uns seine Ge-Items geben. Hätte ja gar nichts. Ich lecke gerade ein wenig. Oh, an wen? Oh, Alex. Sorry. So, und wo seid ihr jetzt? Wir verprügeln gerade Julian. Ich bin irgendwie weggelaufen, weil... Hui! Nichts gut kriegt. Sie weiß nicht. Ja, weil. Das ist schon die Begründung. Weil. Aber nur weil. Genau. Blaze, wo bist du? Wieso Rukulita ist bei mir jetzt so? Weiß ich nicht. Blaze, wir verprügeln einen. Blaze rennt einfach weiter. Interessiert ihn gar nicht, dass wir ihn verprügeln. Ja, kann ich was dafür, wenn der einfach umdreht? Scheiße. Wir misswerten ihn schon fast. So. Jetzt muss ich nur meine Gruppe drehen. Ja, ich lesen noch. Wenn ich nicht dauernd ein Standbild hätte. Standbild ist ja auch schön. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Ja, der Todesdoktor. Ich bin für Knochenbrüche zuständig. Oder auch für einen Töter. Nicht, dass ich die heilen würde. Ich mach die. Da ist Blaze. Lass mich durch. Ich hab's Armen. Hier. Du hast Samen. Ach, hast du schon die Küste hier geleert? Ähm, ein bisschen orientieren? Hä? Ich hab Schüsseln und Fisch. Ich hab ein Dachden gemacht. Du hast Julian mit Luft gekillt. Und ich hab hier eine Gay-Ass-Fridge gefunden. Ich hab hier angespuckt. Das tut mir leid. Wo bist du denn? Hier ging's. Bei einer Gay-Ass-Fridge. Silvia, hier. Ah, diese scheiß Kletterpflanzen. Geht doch weg. Hast du irgendwas, dass du hier was gefunden hast? Ein Schwer. Ja, Essen hab ich auch. Achso. Ja, einen Helm hab ich, aber... Ich komm auf meinem Kanal. Also, ja, egal. Do not knock, enter or in any way to disturb me. Wir gehen jetzt mal alle in die Häuser einzeln durch. Ich glaub, wir sind so besuchten, nicht versteckt. Du, 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 du. Ja, ich hatte eine Kiste auf dem Baum. Ja, die hab ich... Was macht ihr denn da jetzt für ein Mist? Aua! Ich werde dir in die Kiste schon aufgemacht. Äh, wo seid ihr jetzt? Dieses scheiß Ding. Wo seid ihr? Ah, hier komm ich raus. Was für ein Wo ihr seid? Wo seid ihr? Ich komm nicht mehr raus. Hier geht's raus. Wie ging's doch... Wie ging's denn nochmal rein? Wo rein? Ach, da. Wo willst du noch rein? Da, wo du raus willst. Echt? Echt? Hallo. Habt ihr noch was für mich irgendwie? Schwert oder so? Wäre geil. Ne, leider nicht. Ich hab nicht mal selber eins. Ich kann mit einem Fisch zuhauen. Ich komm mit einem Fett auch oben. Oh, Melone. Top, ich hab dich schon wieder verloren. Das ist ja... Melone. Ess mal, will ich essen. Ah! Sorry. Wenn wir Pilze haben, ich hab drei Schüssel, ne? Dann können wir Pilz super machen. Was, wie ermutest du denn jetzt? Kommt der immer noch an dem gleichen Fleck. Kommst du dann wie weg? Was? Mir wird gerade geschrieben, dass wir pervers sind. Oh. Was? Oh, ja. Oh, yeah. Geil. Bau, bau. Erdlich. Ich kann mich immer zwei Sekunden bewegen. Und sobald ich losgehen will, bleibt sie wieder stehen. Sie bekommt immer mehr Angst vor uns. Wir sind ganz lieb. Wir tun niemanden was. Wenn wir schlafen. Wir wollen doch nur spielen. Mit unseren Schwertern. Wir bellen nur, wir weißen nicht. Hab ich erwähnt, dass wir schon was getrunken haben? Keine Angst. Der ist nicht so. Der will nur spielen. Du willst mich auf der Gamescom aufessen. Ess bitte vor drei Wochen nichts, weil sonst schaffst du mich nicht. Hast du ein Schwert? Ja, ich habe drei Steaks. Hast du das übrig oder hast du selber noch ein Schwert? Essen. Blaze, hast du selber noch ein Schwert? Ich hab noch eins. Habt ihr rote Pilze? Habt ihr rote Pilze? Dann kann ich euch... Ich hätte jetzt einen Helm für dich. Mit roten Pilzen könnt ihr Pilze übermachen jetzt. Du hast die Schalter ausgelöst. Warte, bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen. Mief, hast du rote Pilze? Ah, da bist du. Nein. Danke. Du musst irgendwie was... Blaze muss kurz sein, ja, da hat meine Katze gehört vorhin. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ich muss das echt aufnehmen. Ich nehme das echt mal auf mit der Katze. Die Zuschauer, die sind echt, glaube ich, mittlerweile total überfordert. Ja, ich glaube auch. Wir haben was getrunken. Vor allem jetzt bei der Aufnahme bestimmt dann beide die Schalter, ne? Ja, wir sind ja in zwei Teams, ne? Bad for two if you catch my drift. Ja. Seriously, bad for two. Okay. Ja, was macht ihr? In Wirklichkeit haben wir nur Cola getrunken, also ich zumindest. Ach so, war's. Ich hab Wasser getrunken. Ja, was macht ihr da? Ich auch Wasser. Weiß ich nicht. Da hinten ist ne Kiste, die möchte ich haben. Ne, ohne Maul. Wo ich immer woanders bin, hier ist irgendwie. Ah! Hier ist alles doof. Wir sind immer so drauf, das ist ganz normal hier bei uns. Nein! Kennt ihr die Aufnahmen? Was macht ihr da oben? Ah, ich hab auch einen Schwerk. Cool. Ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Was war noch drin? Wo ist ne Kiste? Der ist da hinten irgendwo, da hinten ist er. Okay. Ist ne Jokebox da drin? Ich beobachte von hier unten. Wo ist er nicht los? Wo ist er nicht los? Wo ist er denn los? Wo ist er denn los? Wo ist er denn los? Wo will der hin? Wo will der hin? Wo ist er denn hin? Ach man, no. Wo ist er denn da hin? Da ist noch ne Kiste. Ich gucke wo der Place Engine. Ähm, wie komme ich denn jetzt da rüber? Ich glaube ich bin auf völlig falschen Weg gelaufen. Alle zwei Äpfel sind drin. Saskia, möchtest du mal gerade sagen auf welchen Server wir spielen? Äh, auf hg.somford.de. Hab sie. So. Brauchst du was vom Essen? Und was ist drin gewesen? Noch nicht, ne. Goldhose, Helm und ein Schwert und ein bisschen was zum Ampfen. Wenn, einen Helm würde ich nehmen, wenn du noch einen über euch hast. Schmeiß einfach runter. Ja, ich kann dir den trotzdem geben. Achso, ne, dann kannst du geballen. Nee, ne, man. Du siehst gleich ein bisschen... Da brauch ich... Da brauch ich die Haare. Ich geh irgendwo rein? Äh... Ah, hier. Hier. Ja, wohl, ja. Mal im Hangar gebenst ein Teammitgliedsschlag ist auch immer besonders gut. Oh ja. Wir brauchen rote Pilze. Rote Pilze. Hier sind braune Pilze. Hahaha. Die hab ich selber. Die hat sicherlich... Die hab ich alle schon weggeraucht. Ja, sicherlich das Wildschwein am Geschistern. Ich bin dann mal raus. Einfach ab... Warum kannst du dich bewegen? Weil wegen Minecraft, äh, tot gewesen. Ah, Mist. Tot? Kann ich den Defibrillator holen? Ja. Ja. Dass du dieses Wort überhaupt aussprechen kannst. Maybe we shouldn't have placed water next to the nuclear power plant. Okay. Und das sieht doch schon wieder nach Gehüpft-Zeugs aus, ne? Gehüpft-Zeugs? Gehüpft-Zeugs? Wer von euch hat eigentlich gerade sein Goldschwert weggeschmissen, ne? Da ist jemand. Ich nicht. Komm. Ich nicht. Hm. Da lag eins. Vielleicht seid ihr immer verhungert. Es sind nur zwei. Lass mal rote Pilze suchen jetzt. Äh, ja. 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 Was ist drin? Weich bin in wem. Ja. Geil. Mädels? Ja. Habt ihr noch, äh, habt ihr noch zwei von diesem kleinen blauen Pilchen? Äh, nein. Aber wir haben da nur grad Wind. Was, blaue Peggy? Die sind noch schlimmer als hier. Ja, ja, hier haben sie! Was denn, haben wir sie gefunden? Ja! Ich komm weg hier! Nee, nee, die wollen jetzt eh raus. Da kommen sie, da, da ist sie! Ja, los, auf Ria! Bleib doch stehen! Ah! Ey, 2 gegen 1! Nein! Wo, wo, wo ist er? Da ist er! Wir sind ja noch vier, ist jetzt nur noch, wer ist jetzt noch da von euch, von euch Mädels? Ich, aber ich sag nicht wo. Oh man, die muss ja auch irgendwo sein, die waren hier vorhin. Ja, die waren bei dir hier irgendwo. Es war ja klar, dass die Mädels hier drin sind mit rosa Wolle. Ah, so schön flauschig! Jetzt kommen Silvia, komm raus jetzt! Komm jetzt raus! Ich komm, trau dich! Trau dich! Trau dich! Komm dich holen! Da hinten ist er! Fies! War ja unfair, ne? Ihr wart hier hier! Ey Leute, das ist das Gemeine! Oh man! So, wo frugeln wir uns? Kommen wir alle mal raus! Männer sind Schweine! Traue ihnen nicht ein Wort! Wir spielen Jungs gegen Mädels, was willst du denn machen? Alle auf die Straße! Ich kastriere! Blaze, wo bist du? Wir fang schon mal an! Und! Los! Nein! Blaze komm her, du bist der Letzte hinten da! Nein! Ich muss mich eben auch voll machen wieder! Ja, du kannst mich voll machen, ich geh mal kurz in der Tanke shoppen! Ohi, 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 ohi! Ziebettnol! 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 Ohi, 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 ohi! Nichts fällt mir übrigens ein, du wirst ne Mieze für immer sein! Was anderes wirst du nimmer sein! Ähm, Entschuldigung! Mieze für immer heißt das nicht! Ich kann grad den Shit nicht lesen! Das ist grade verscrollt bei mir, verdammt! Verdammt! Verdammt, ich bin voll! Warum musste Radha mich als erst killen? Ja, weil ich's kann! Ja, klar, folg doch einfach mal hier hin mir! Aber wahrscheinlich geht ich nicht! Gewonnen! Yeah! Tschüss! 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 Tschüss!